ein guter leute willkommen zurück auf der stappen bach an wo er hinschner mit dach und ich denke mal gerade mal mit rosenthal und bei der zinschner mit dach machen wir einfach raus doch nicht zur stimme ich fahre jetzt mal dezent zum fahrzeughändler beziehungsweise ich habe gerade gesehen da ist jemand angekommen ich muss den zum händler schicken ich zeige euch dann auch war und west wie zu dem wurde ich unbedingt nicht aber zu dem der drinnen dran steht so wir müssen nämlich wieder strohweite einsammeln weiß ich bloß nicht wo waren wir denn fertig ist es immer wo haben wir den aufgewählt egal ich mache einfach jetzt hier der nächste punkt dann wird er schon mit seinen weg machen seinen weg finden so ist es noch drin nächster passender nein der ist unterwegs also wenn noch einer hin unterwegs dorthin und zwar ihr seht es hier hier sieht es hier ich habe hier also es ist auch von euch gekommen ein vorschlag von euch ich sollte doch pappeln beziehungsweise das sind pappeln das sind nadelbäume sollte ich doch pflanzen da hätte ich genug ach das ist auch die Gabel siehst du da hätte ich genug Holz um dann meine Heutrocknung zu betreiben macht Sinn habt ihr recht alles cool machen wir jetzt und zwar werde ich da die 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 direkt wie heißt das nochmal neben die ist das 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 also auf diese wiese auf das stück wiese und da ist es nicht so weit und da können wir das klein schneiden nachher und direkt in den Hackschnitzel Heumel da rein hauen und da setzen wir uns ganz einfach eine stationäre Hackschnitzelmaschine hin würde ich sagen oder da brauchen wir ja diesmal einen Traktor um den den Hacker zu bedienen da kommt der Kollege der die Paletten mitbringt ich werde einen schon auffüllen können na egal wir haben alles im Griff wieder alles im Griff auf diesem Schiff Hilfe Knut Tank ist leer was für ein Tank welcher Tank ist denn leer ich habe nur meinen Hilfer der Tank ist schon immer nicht leer ich habe sonst keinen Hilfer laufen momentan doch der da aber der ist auch im Kernstock noch kein Tank also ist das denn der Knuse oder der Fini ich weiß nicht was los hier was los ah gut so Moment schon äh hat also mit was auch Ein kurzes Geräusch, oder? Das sieht so kurzes an. Der Sound hört sich komisch an. Jetzt gehts bitte. So, dann fangen wir jetzt zurück um da hin. Ach, das ist das Tor bestimmt, ne? Einmal ist es so, ich werde wieder weniger eben. Na, ne? Egal. Egal. Du hattest mich schon beim Hanno. Hehehehe. So. Oh, oh. Mensch, jetzt geht auch noch Muffin an, du. Die, 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 die. Und ein Schluck Kaffee drückt, du. Omega-mäßig, ne? Ich hab ja mal dezent vergessen, meine Timer zu starten. Nicht gut. Nicht gut. Lalalalalala. Lalalalalala. Lalalalalalalala. Lalalalalala. und wir gucken jetzt schnell ob das funktioniert und dann machen wir in der nächsten folge ballern wir die dann in die erde war aber mitten in die erde rein ja wieder den 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 ich weiß es gar nicht ich habe jetzt so viele folge aufgenommen von verschiedene projekte und ich jetzt sage hier haben wir wieder das den vatern das der verkehr ausgeschaltet ist ist egal warum ich das sage ich habe das nämlich bei der armengrad was er hat wenn die lohn oak was die lohn oak farm war es habe ich mich über den verkehr geärgert jetzt vielleicht mitgekriegt schon der kommt weg das beim autodrive kurs einfahren war tatsächlich irgendwas ist halt was passiert bin da durch die luft geschleudert wurde nachdem ich geärgert in den den straßenverkehr auf der auf der lohn oak farm allerdings muss man dazu sagen die fahren dort glaube ich fast 50 gramm haar und was noch zukommt ohne straßenverkehr ich sehe es halt hier ist es dann doch zu mich wo ist es doch so dass man hier was abladen und zwar abweils modus ausschalten entladen und gut ist Ich weiß nicht, ob die 208 PS von dem 828 ausreichen, um jetzt die Bäume hier zu setzen. Das sind jetzt mal Pappeln. Immer auf zu Pappeln, du. Dummzell zu Pappeln. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich aber Pappeln setze. Glaube ich. So, dann fangen wir halt hier an, weil da höre ich jetzt so ein Great. Ich weiß auch nicht, ich muss echt gucken, wie das funktioniert, weil V. Ah ja, okay. Ne, weil ich das schon ewig, dieser Pappeln hab ich noch nie gepflanzt. Und, ähm, ja, mal aufpassen, dass wir jetzt so weit fahren. Also wir können bis zum Ende des, Entschuldigung, des Nachbarfeldes fahren. Und offensichtlich reichen die 280 PS aus. Was auch ausreicht, ist mein Kaffee. Enttrinke ich jetzt und verabschiede mich bei euch ganz herzlich, äh, mal ganz ehrlich. Und, äh, für heute zumindest. Und zwar, äh, denke ich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und, ähm, falls mal unverhofft befolgen kommt, abonniert einfach, abonniert ja genau das auch. Aktiviert einfach die Glocke, dann verpasst ihr keine Aufnahmen mehr von mir, wenn es euch wichtig ist. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag Nachmittag noch. Und, äh, dann sehen wir uns morgen, wenn es funktioniert hat, auf der Erlengrad. Macht es gut, bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.